Bei ihr dreht sich alles um den kleinen, feinen Unterschied. Genauer um Schönheit und Anti-Aging. Denn Anna-Maria Becker betreibt das Kosmetikstudio Klein und Fein in Bad Grünenbach. Zu ihrem Klientel gehören Kunden Läden Alters. Die Jüngeren zieht es vor allem wegen einer Behandlungsmethode in das Studio. Ob Muskelstraffung, Muskelaufbau oder Fettreduktion. Das Beauty-Body-Forming-Gerät der Firma Arthos kann viel. Es bietet lehnach Wunsch der Kunden gleich mehrere Programme an. Also das ist so, dass die Kundin, wenn die jetzt, sage ich mal, Umfangreduktion möchte, kriegt die nicht zehnmal das gleiche Programm, sondern die sind aufeinander aufgebaut. Also einmal ist ein Abtransport hinterlegt, also dass wir die Schlacken besser abtransportieren können. Beim nächsten Programm ist ein Muskelaufbau hinterlegt, weil sie wollen ja dann auch, wenn sie den Umfang reduziert haben, sollte es ja schon fest und geformt sein. Zuerst werden die Elektroden platziert. Ihre Aufgabe, die Muskeln elektrisch zu stimulieren. Je nach Behandlung kann nun das passende Programm ausgewählt werden. Dann heißt es... Dann sehen wir uns in einer Dreiviertelstunde wieder. Sie können sich jetzt hier schön entspannen. Und bis später. Neben dem Muskelaufbau gibt es zwei weitere große Behandlungsfelder. Also es ist grundsätzlich geeignet zur postoperativen Behandlung, zum Beispiel bei Fettabsaugung oder bei Bauchdeckenplastiken, einfach das Gewebe wieder weich zu machen, zu stimulieren und zu trainieren. Dann ist es natürlich sehr gut, wenn Sie auch keine Operation haben möchten für Anti-Aging im Gesicht. Denn wenn man sich vorstellt, dass hier diese kleinen Muskeln im Gesicht rüberlaufen, wenn man die stimuliert, die werden stimuliert und dann letztendlich wird nach einer gewissen Anzahl von Stimulationen das Gewebe wieder gehoben. Die Haut soll so wieder straffer und damit jugendlicher aussehen. Auch im Gesicht kommen Elektroden zum Einsatz. Empfohlen wird die Behandlung in einem Turnus von zehn Anwendungen, die zwei pro Woche. Schön und trainiert werden im Schlaf, ein Traum vieler. Die Firma Arthos verspricht eine punktuelle Umfangreduktion von zwei bis vier Zentimetern. Und das schon nach der ersten Sitzung. Anna-Maria Becker testet die Behandlung derzeit selbst. Was ganz schön ist, dass nicht nur, dass man denkt, okay, ich habe jetzt einfach nicht mehr so viel Umfang, sondern das ist auch fürs Wohlbefinden. Also nicht nur einen strafferen Körper, sondern das ist einfach auch fürs Wohlbefinden, durch das, dass der ganze Stoffwechsel jetzt aktiviert wird. Man fühlt sich richtig gut. Doch für einen langfristigen Erfolg empfiehlt sich zudem eine Ernährungsumstellung. Und auch auf die normalen Hilfsmittel sollte man nicht verzichten.